Willkommen zurück meine lieben Freunde zu einem neuen Video. Heute werde ich euch mein Dogmatiker Labyrinth Deck vorstellen. Und ich würde sagen, ohne viel Zeit zu verlieren, lasst uns direkt loslegen. Wir beginnen das Ganze mit unserer Labyrinth Engine und die dürfte mittlerweile ziemlich Standard sein. Wir spielen natürlich dreimal die Ariana. Das ist unser bester Start im Deck. Sucht uns eben eine beliebige Labyrinth Karte von unserem Deck auf die Hand. Auch in unserer Boss Monster Lineup hat sich nicht viel geändert. Wir spielen immer noch zweimal Lady und einmal Lovely. Ich denke auch das dürfte mittlerweile ziemlich Standard sein. Die Furniture Engine musste ich ein bisschen verkleinern, eben damit ich Platz für meine Dogmatiker Engine bekomme. Und so spiele ich eben zweimal den Labyrinth Shikat, zweimal Labyrinth Drachlysti und einmal Kukur. Für meinen Non-Engine spiele ich zweimal den Kastira Fenrir. Ich denke, die Karte ist einfach viel zu stark, um sie im Moment nicht zu spielen. Dazu kommt auch noch, dass der uns diesen Kartenvorteil beschafft. Das heißt, wir können jetzt mit einer Fenrir einen weiteren Fenrir suchen und diesen dann für unsere Furniture discarden. Dann spiele ich noch einen Herr des himmlischen Gefängnisses. Die Ratio mag jetzt für den einen oder anderen etwas weird erscheinen, aber ich sage jetzt mal Game 1. Solange der Gegner nicht weiß, was ihr spielt, müsst ihr auch nicht mit so viel Backrow Removal rechnen. Und so ist meiner Meinung nach einer genug, die anderen zwei spielen wir dann eben im Side-Deck. Aber man könnte auch diesen einen Karten und dann eben eine dritte Kopie von Fenrir spielen oder vielleicht einen dritten Solemn Strike. Für meine Handrips spiele ich dreimal die Ash Blossom. Vorher waren es dreimal Draw und Lockbord, aber jetzt sind wir in einem neuen Format. Und da muss man erstmal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Sollten sich durch den Bann von Arisa Decks wie Manadium, Infernoble Knights oder eben andere Combo-Decks mehr durchsetzen, so macht es vielleicht auch mehr Sinn, Draw und Lockbord wieder ins Main-Deck zu packen. Aber ich habe mir gedacht, solange das Format noch nicht ganz gelöst ist, macht es mehr Sinn, eben eine generische Handrap zu spielen, die dann in jedem Matchup gut ist und dann Draw und Lockbord ins Side zu packen. Und dann kommen wir auch schon zu dem Part, der mein Labyrinth-Deck von den meisten unterscheidet. Und zwar spiele ich dreimal den Nadia Dina. Es ist ja so, dass wir auf unser extra Deck komplett nicht angewiesen sind. Im Endeffekt gibt es kein einziges Monster, was wir da wirklich beschwören können und so haben wir eben mehr als genug Platz für gute Dogmatiker-Punishment-Targets. Karten wie Garura, ältestes Wesen Entis und die Fossilkrieger-Karten sind da eben sehr gute Targets dafür. Weitere Karten, die für die Engine notwendig sind, ist eben der Dogmatiker Maximus, die Dogmatiker Ecclesia und Dogmatiker Bestrafung. In den meisten Fällen suchen wir uns eben mit unserem Nadia Dina die Ecclesia und schmeißen dafür entweder Garura und können eine Karte ziehen oder eben den Entis und können schon mal anfangen, somit das Board zu brechen. Haben wir die Ecclesia bereits auf der Hand, so können wir uns eben den Maximus suchen. Aber im Normalfall werden wir dann eben die Ecclesia beschwören und haben dann die Wahl zwischen einmal dem Dogmatiker Maximus und einmal der Dogmatiker Bestrafung. Für Consistency spielen wir dreimal den Topf des Wohlstandes. Da müsst ihr jetzt bloß aufpassen, nachdem ihr den Topf des Wohlstandes aktiviert habt, macht es wenig Sinn mit Nadia Dina eben den Garura auf den Friedhof zu legen, weil dann könnt ihr eben keine Karten mehr ziehen. Falls ihr aber den Nadia Dina trotzdem aktivieren wollt, ihr aber noch in Turn 1 seid, das heißt der Gegner hat jetzt keine Karten, die man sofort mit Ältestes Wesen in Tiss schießen könnte, so bietet es sich durchaus an, den Schimierer König der Phantomungehör abzuschmeißen, weil dann könnt ihr trotzdem in der gegnerischen Runde eben euer Unterweltlermonster wiederbeleben. Weitere Engine Pieces wären zweimal der Welcome Labyrinth und dreimal der Big Welcome Labyrinth. Ich denke auch, das ist mittlerweile ziemlich Standard, da muss ich auch nicht viel dazu sagen. Als einziges Floodgate spielen wir den Skilldrain. Ich denke auch dazu muss man nicht viel sagen. Wir können eben hervorragend unter dem Skilldrain spielen. Wir haben einen Haufen große Beter, die wir ohne Probleme auf das Feld bekommen. Und ja, gegen Gozen habe ich mich eigentlich aus zwei Gründen entschieden. Zum einen haben wir eben mit Fenrir und unserer Dogmatiker Engine einige Lightmonster, die wir ebenfalls auf das Feld haben wollen. Und zum anderen sind viele Decks von Gozenmatch gar nicht so stark betroffen. Decks wie Rescue Ace in For Noble Knight, Dark Road sind alles Decks, die eben ohne Probleme unter Gozenmatch spielen können. So dass ich mir gedacht habe, das wäre eher eine Side-Deck-Karte, wenn überhaupt. Dann spiele ich noch zweimal den Solemn Strike. Ja, auch eine sehr starke Karte. Wie vorhin schon erwähnt, kann man auch gerne den Herr des himmlischen Gefängnisses cutten und dann eben nochmal eine dritte Kaffee davon zu spielen. Wir spielen zweimal die Daruma Karma kennen. Auch das ist eine unglaublich starke Karte, die uns eben Antworten auf alle Boss- und Towers-Monster bietet. Denn denkt dran, der Effekt zwingt ja euren Spieler dazu, das Monster auf den Friedhof zu legen. Das heißt, Monster wie Psy-End-Punisher oder vielleicht auch Noir müssen dann trotzdem eben auf den Friedhof gelegt werden. Wir spielen ein Terror des Oberholzes. Ja, jetzt ist es im Prinzip ein Remover gegen jede Karte, gegen Backrow, gegen Fieldspurs, gegen Monster. Das Gute ist, das Monster wird auch nicht zerstört. Das heißt auch, ja, in Matchups wie gegen Unchained würdet ihr jetzt keine Effekte triggern. Das heißt, ja, ist Warner, finde ich die Karte ziemlich gut. Und für unsere letzte Fallenkarte spielen wir noch den ansteckenden Ausrottungsvirus. Ich denke, solange sie legal ist und da sie wieder nicht auf der Bandit gehittet wurde, ja, wäre mal blöd, wenn man die Karte jetzt nicht spielen würde. Zum Schluss noch zu unseren Power Spurs. Und da spiele ich eben die Triple Tactic Talents und einmal den Stoß der drei Taktiken. Ja, das zu unserem Main Deck. Schauen wir uns mal das Extra Deck an. Wie vorhin schon erwähnt, das Extra Deck ist für uns komplett nicht relevant. Das heißt, wir haben hier mehr als genug Platz, um unsere, ja, Dogmatiker-Engine auszubauen. Und da fangen wir schon an, eben mit dreimal dem ältesten Wesen Entis. Die Karte kriegen wir eben über Dogmatiker-Punishment, über Dogmatiker-Maximus oder Nadia-Servant auf den Friedhof. Nach dem Seiden geht das Ganze auch über Artemis Slayer. Das heißt, wir haben mehr als genug Möglichkeiten, um ihn zu triggern. Und da er eben nicht Once per Turn ist, können wir sogar mehrere Kopien in einem Zug dann auf den Friedhof legen. Allein mit Dogmatiker-Maximus können wir da zwei Entis auf den Friedhof legen und somit direkt zwei Karten des Gegners zerstören. Falls der Gegner im Moment keine Karten auf dem Feld hat, die wir gerne zerstören würden, wir aber trotzdem irgendwas auf dem Friedhof legen müssen, so spiele ich dann eben einmal den Totenkopf-Wagen und einmal den Schädelritter. Den Schädelritter kann man eben als Ignition-Effekt aus unserem Friedhof verbannen und dann ein Monster als Gegners zerstören. Und der Totenkopf-Wagen funktioniert ähnlich, bloß der zerstört eine Zauber- oder Fallenkarte. Ein weiteres Target für unsere Dogmatiker-Engine, aber vor allem auch für Dogmatiker-Punishment, ist unser Star-Brigade-Waffen-Busifalus der Zweite. Eben ein Monster mit 35.000 Angriffspunkten, so dass wir mit Hilfe von Dogmatiker-Punishment so ziemlich jedes Monster zerstören können. Nützlich auch in Kombination mit Artemis Slayer, denn so können wir eben auch nochmal Link-Monster outen. Vor allem im Match-Up gegen Unchained können wir dann somit ihre Soul of Rage wieder zurück ins Deck schaffeln, ohne dass dieser triggern würde. Und wenn der Busifalus eben auf den Friedhof gelegt wird, so trägt er seinen Effekt und wir können uns eben ein Beast, Beast-Warrior oder Wing-Beast-Monster von unserem Extra-Deck auf den Friedhof legen. Und unsere möglichen Targets dafür wären eben zweimal der Garura und einmal Chimera. Ich denke, der Garura dürfte mittlerweile jedem klar sein, sobald dieser auf den Friedhof gelegt wird, können wir eben eine Karte ziehen. Chimera dürfte vielleicht weniger bekannt sein, und zwar hat sie eben den Effekt, der es uns erlaubt, sie aus dem Friedhof zu verbannen, das Ganze nur wegen der gegnerischen Runde und uns dadurch ein Ungeheuer, Unterwörtler oder Illusionsmonster von unserem Friedhof wiederzuleben. Das heißt, wir können uns nicht wie der Ariane in der gegnerischen Runde-Special und somit dann eben eine Labyrinth-Karte von unserem Deck auf die Hand holen, oder wir reviven eines unserer Boss-Monster. Wir spielen ein goldenes Wolken-Ungeheuer-Malong, eben ein weiteres Dogmatiker-Target, aber auch ein gutes Target für unseren Artemis Slayer, so dass wir uns auch eben um Synchro-Monster kümmern können. Der Vorteil dieser Karte ist, dass die eben das Monster nicht zerstört, sondern zurück auf die Hand gibt. Gerade in Match-Ups wie Unchained oder vielleicht gegen Branded, wenn man dann gerade vor Mirror Jades steht, macht es durchaus mehr Sinn, das Monster nicht zu zerstören, sondern eben zurück ins Extra-Lex zu, ja, befördern. Wir spielen ein Chaos-Engel. Obwohl wir hier ein Synchro-Monster haben, benötigt der Chaos-Engel kein Synchro-Monster für die Beschwörung. Das heißt, hier dürfen wir eben zwei beliebige Licht- und Finsternis-Monster nehmen und abhängig davon, ob wir jetzt eben nur Licht, nur Finsternis oder beide Monster verwendet haben, ja gewinnt der Chaos-Engel verschiedene Effekte. Und wenn er beschworen wird, so können wir eine Karte des Gegners verbannen. Wir können ihn entweder mit Stovey-Tovey plus Lady or the Lovely bauen oder, was ich noch besser finde nach dem Seiten, wenn wir eben die Bistios drin haben, können wir dann dafür unseren Druid-Swarm zusammen mit der Ekklesia oder eben mit unserer Ariana dafür verwenden und soll dann eben sogar noch zwei Karten des Gegners zerstören, denn wenn der Druid-Swarm auf den Friedhof gelegt wird, können wir eine Karte des Gegners, ein Monster des Gegners auf den Friedhof legen und wenn der Chaos-Engel dann beschwören wird, so können wir dann eine weitere Karte verbannen. Ich spiele einen meriologischen Sammler, ja vor allem als mein Artemis-Slayer-Target, dass ich auch da eben Exis-Monster ohne Probleme outen kann, aber in manchen Match-Ups benötigt man auch eben diesen, ja, annulliere eine Karte auf dem Feldeffekt. Für weitere Link-Monster spiele ich einmal die Azalea, einmal den Lord von Yama und einmal den Schmierfunk aus der Unterwelt. Den Lord von Yama könnt ihr zusammen mit dem König, der von Tum und Gäuer, bereits in Runde 1 mit eurem Maximus auf den Friedhof kicken, so dass ihr ein ziemlich inszenes, ja, Grind-Game haben könnt, weil ihr dann bis zu zwei Monster von eurem Friedhof wiederbeleben könnt. Kommen wir nun zu meinem Side-Deck und hier spiele ich dreimal den Lava-Golem. Ich hatte bis vor kurzem noch den Sphere-Mode drin, musste aber feststellen, dass viele eben um diesen Sphere-Mode rumspielen und dann eben nur auf nur zwei Monstern ändern oder vielleicht auch nur auf einem. Ja, und so war der Sphere-Mode öfters tot in meiner Hand. Der coole Part vom Lava-Golem Going Second vor allem in Kombination mit Nadir's Servant ist, dass ihr dann zwei Monster des Gegners als Tribut anbieten könnt, dann aktiviert ihr Nadir's Servant und könnt dann eben euer goldenes Wolken-Ungehör-Malong auf den Friedhof ablegen, dadurch den Lava-Golem zurück auf die Hand bouncen und dann nochmal zwei weitere Karten des Gegners als Tribut anbieten. Wir spielen dreimal Drone-Logbird, ich denke, dazu muss ich nicht viel sagen, um eben eine Chance gegen diese ganzen, ja, insane Combo-Decks zu haben, wenn sie dann zuerst gehen. Mit der Limitierung von Magnamut mussten wir jetzt eben unser Bistiel-Package anpassen. So spielen wir jetzt einen Magnamut und drei Tourist-Worm. Ich denke, dass das Bistiel-Package immer noch notwendig ist, vor allem mit dem Bann von Ariseart, werden jetzt bestimmt auch Decks wie Tritron, Branded und so weiter auch, ja, mehr an Popularität gewinnen und so sind, ja, die Bistiers ein gutes Out dagegen. Wie bereits mehrmals erwähnt, spielen wir zweimal den Ultimate Slayer. Ich finde die Karte extrem stark, der Gegner darf nicht mit Monster-Effekten darauf reagieren, das Ganze ist nicht Once per Turn, unser Extra-Deck ist voller gute Targets dafür, so dass wir meistens auch Plus Eins gehen. Ich finde in meiner Version ein absolutes Must-Have. Eine D-Barrier, ja, in unserem Deck suchbar, ein Blowout gegen Purely, gegen Branded und ja, viele andere Match-Ups. Und zum Schluss noch die anderen zwei Kopien von unserem Hör des himmlischen Gefängnisses. Das zu meinem Deck-Profile. Wie bereits erwähnt, werde ich in meinem nächsten Video euch etwas Gameplay zeigen, damit ihr einen Eindruck bekommt, wozu das Deck in der Lage ist. Falls ihr es nicht verpassen wollt, denkt bitte daran, diesen Kanal zu abonnieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.